Russland hat nach eigenen Angaben eine große Vakuum-Bombe getestet. Das russische Fernsehen zeigte Aufnahmen. Es machte aber keine Angaben, wann und wo der Test stattgefunden haben soll. Das Militär teilte mit, es habe sich um die weltweit stärkste Bombe dieser Art gehandelt. Ihre Sprengkraft sei mit der einer Atombombe vergleichbar.